Lesson 4. Injuries in Health. Vocabulary. Listen and repeat. Der Bauch. Der Arm. Was ist los? Mir tut das Ohr weh. Was ist los? Ich bin krank. Ein Arm. Ein Bein. Ein Auge. Ein Ohr. Eine Nase. Ein Mund. Ich habe Pflaster an den Ellbogen. Sie haben Pflaster an den Knien. Er hat ein Pflaster am Bein. Sie hat ein Pflaster am Knie. Der Mann fällt vom Fahrrad. Der Mann ist vom Fahrrad gefallen. Das Mädchen fällt vom Zaun. Das Mädchen ist vom Zaun gefallen. Was ist passiert? Ich bin gefallen und habe mich am Arm verletzt. Was ist passiert? Sie sind beim Viehfahren gefallen und haben sich die Beine verletzt. Welche Temperatur haben wir heute? Es hat zwei Grad. Du solltest einen Mantel tragen. Welche Temperatur haben wir heute? Es hat heute 30 Grad. Wir sollten zum Strand gehen. Sie nimmt ihre Medikamente mit einem Glas Wasser ein. Du musst die Medikamente nach dem Abendessen einnehmen. Nehmen Sie diese Medikamente mit Milch ein. Du sollst zweimal täglich Zähne putzen. Der Flug nach Barcelona fliegt einmal täglich. Nehmen Sie das viermal täglich ein. Der Bus in die Innenstadt fährt sechsmal täglich. Seien Sie vorsichtig. Der Fußboden ist nass. Sei vorsichtig. Ein Auto kommt. Sei vorsichtig. Du kletterst auf einen sehr großen Baum. Lesson 4 Injuries and Health Speaking Listen and Repeat Ich bin gefallen. Hast du ein Pflaster? Ich bin gefallen. Hast du ein Pflaster? Ich habe Durst. Hast du etwas Wasser? Ich bin krank. Hast du ein Medikament? Ich brauche ein Pflaster. Er hat ein Pflaster am Finger. Sie hat ein Pflaster. Sie hat ein Pflaster am Arm. Ich habe Pflaster an den Ellbogen. Sie haben Pflaster an den Knien. Er hat ein Pflaster an den Knien. Er hat ein Pflaster am Bein. Er hat ein Pflaster am Bein. Sie hat ein Pflaster am Knie. Was ist passiert? Ich war draußen, als es geregnet hat. Ich war draußen, als es geregnet hat. Was ist passiert? Ich bin auf dem Baum geklettert und bin runtergefallen. Was ist passiert? Ich bin gefallen und habe mich am Arm verletzt. Was ist passiert? Sie sind beim Skifahren gefallen und haben sich die Beine verletzt. Was ist passiert? Ich bin vom Pferd gefallen. Was ist passiert? Ich bin vom Zaun gesprungen. Was ist los? Mir tut der Kopf weh. Was ist los? Ich habe etwas im Auge. Was ist los? Mir tut das Ohr weh. Was ist los? Ich bin krank. Bitte sei vorsichtig, wenn du Fahrrad fährst. Bitte sei vorsichtig, wenn du das Auto reparierst. Bitte sei vorsichtig, wenn du im Schnee fährst. Bitte sei vorsichtig, wenn du mit dem Baby spielst. Seien Sie vorsichtig, der Fußboden ist nass. Sei vorsichtig, ein Auto kommt. Sei vorsichtig, du kletterst auf einen sehr großen Baum. Geht ihr morgen Skifahren? Ja, wir gehen morgen früh. Bitte seid vorsichtig. Ein Arm. Ein Bein. Ein Auge. Ein Ohr. Eine Nase. Ein Mund. Was ist passiert? Ich bin vom Fahrrad gefallen. Hast du dich am Knie verletzt? Nein, ich habe mich am Ellbogen verletzt. Brauchst du ein Pflaster? Ja, ich brauche eines. Ich brauche ein Pflaster. Er hat ein Pflaster am Finger. Sie hat ein Pflaster am Arm. Was ist los? Mein Bauch tut mir weh. Sie haben 38 Grad. Sie sollten diese Medikamente dreimal die Woche nehmen. Was ist los? Mir tut der Kopf weh. Was ist los? Ich habe etwas im Auge. Das der Kopf ist los. Und wieder geht's. Untertitelung des ZDF, 2020